Deutsch A1 Briefe schreiben Hallo, mein Name ist Alex. Ich bin 21 Jahre alt und wohne in München. Ich komme aus Tschechien und lebe seit drei Monaten in München. Ich bin Student und möchte Lehrer werden. Ich habe einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Ich spreche Tschechisch, Englisch und Deutsch. Meine Hobbys sind Lesen, Schwimmen und Reisen. Deutsch A1 Briefe schreiben Hallo, mein Name ist Alex. Ich bin 21 Jahre alt und wohne in München. Ich komme aus Tschechien und lebe seit drei Monaten in München. Ich bin Student und möchte Lehrer werden. Ich habe einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Ich spreche Tschechisch, Englisch und Deutsch. Meine Hobbys sind Lesen, Schwimmen und Reisen. Ich bin Wissenschaftler. Das Geschwistert hat es immer notwendig, Erstens, Schwimmen wir uns ran, ich Pr influencers und Verestijn. Als ichigen. Ich weiß, dass wir Reykstreich sind. Wenn duakra frase aus Tschechisch currywerb w pasa Military. Vielen Dank.